Das Kind steht schon bei dir im Zimmer oder so, dass du dann sagst, Jungs, ich muss nochmal weg. Eher nicht schlimm gewesen. Er hat mir geschrieben gerade, no broadcast. Wirklich? Er hat mir geschrieben, what happened, ich habe geschrieben, ja, dass mein Teammate Blackscreen hat und sowas. Und dass er schon am fixsten ist, ja, ja, ich weiß, wenn da irgendwas nicht stimmt, dann kriegst du, papp, Blackscreen. Das kann ich dann schon leicht abwachen. LF3 mit vordlichen Grußen. Was ist denn LF3? Lernfeld 3. Hat das schon, doll? Du musst jetzt hier oben alleine machen, gell? Ihr habt gelb, ne? Was, warte, 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 Atlas, Atlas, ja? Ja. Alter. Das Ziel verteidigt. Das startet schon hinter uns, keine Gleitung, ne? Übel. Alter, mein Boosten und so ist auch alles verzögert. Einer war unten bei A noch. Der kommt hier hoch, die Treppe hoch. Ja, der hat da drin, Junge. Ja, hab ihn, hab ihn, hab ihn. Bei uns hinten. Kuppeldach. Oh, der hat Schnippe. Ja, der hat Schnippe aufpassen. Ich bin durch die Schrift durchgebeamt. Ich bin oben Schrift, ne? Ich bin oben Schrift, ne? Eigentlich könnten wir ja beide Schriftzeilen. Er war Kuppelhaus, wenn ich. Rechts von mir Richtung A. Cool, cool ist der. Hä? Oh, lol. Der ist voll weak. Der ist in der Ecke da. Fuck, Alter. Was hab ich denn gerade für einen Scheißer-Aim? Das sah auf jeden Fall nicht wie A.M. aus. Also, nicht natürlich nicht, aber du hast bei mir, bei mir hast du den gar nicht getroffen. Nee, aber, ja doch. Einmal eine Kugel hab ich getroffen, aber sonst war nicht viel drauf. Ja, der war schon übel rot, der Typ. Teilweise hab ich mich selber gesucht, weil ich nicht gesehen hab. Ja, die ist schon ein bisschen arg komisch, die Leitung, aber... Oh. Guck mal mal. Suchen und zerstören. Weiter geht's. Äh. Das Ziel zerstören. Jee, du änderst die Waffe nicht. Fick dich! Einer ist runtergehüpft, zu A. Bett oder so. Bett ist frei. Oh, Alter! Alter, ich bin noch hier drinnen. Flippen die schon von überall woanders her, hier. Von unserer Seite den Nate geschmissen. Wahrscheinlich von unserem Kuppelhaus. Ich nenn's jetzt mal unserem Kuppelhaus. Wo sitzt ihr noch? Hallo? So. Guck Torbogen außen. Ich dachte, du fliegst raus, Alter. Nee. Tust du! Hören Sie auf damit. Das ist cool, gell? Ich muss jetzt blenden. Du legen? Ja, muss ich ja. Ja. Ah, unsere... Nein! Oh, unser Dach da. Zwei. Oh, ich glaub schlafen wir... Letzter war oben Kuppel. Deren Seite. Ich muss legen. Oh, der schießt mich übel an. Oh, Dicke. Ich muss jetzt legen, Crysis. Oder du holst ihn. Ey, leg ruhig. Wie lange hast du gelegt gerade? Zehn Sekunden? Ja, ich hab mir mal abge... abgebrochen. Oh, der Crysis hat ihn noch gemobbt. Eigentlich war das so ein 360. Ja. Ich niemals. Doch, guck... Äh, äh, äh... Oh, lol! Oh, nur eine Kugel. Oh, danke, Panic, für die Hilfe. Kein Problem. Nicht gegen das Team. Aber die Kugeln, die kommen so spät an, finde ich immer. Ja, du hast da wollen, war... Alles so ein bisschen versetzt. So. Bei mir jedenfalls. Alles so grün, hier. Oh, bei B, B. Also, ich... Ich näht hin. Versuch's zumindest. Der dritte auf. Der dritte auf. Nein, der hat mich. Scheiße, scheiße, der ist Fußball. Oh, mit dem Fußball drin. Oh, mit dem Fußball. Fußball draußen. Sauber. Sehr gut. Bereit machen für die nächste... Warte, ich muss aber gerade mein Monitor neu starten. Irgendwie ist der grün. So, ich spiel jetzt zeitversetzt mit Elgato. Vor fünf Sekunden, ne? Also, glaube ich, das ist nicht möglich. Ja, genau. Das ist unmöglich. Ich verkläre euch nichts unmöglich. Das wäre echt krass, ey. Wenn du so spielen müsstest. Das wäre unmöglich. Da ist ein Gegner gewesen. Alter, der Klero, der war schon vor acht Jahren da. Nein, das stimmt nicht. Das war keiner Dings. Keiner Kuppehaus. Der ist unter Dusche gegangen. Unten Dusche war noch einer. Alle kommen ja. Alle kommen ja. In der Frühmitte. Einer kommt jetzt hier bei mir. Nee, der ist hochgehüpft. Oh Gott. Oh mein Gott. Ich habe es verkackt. Ja, mein Fail. Sorry. Alter, die waren auf einmal alle da. Ja, ich habe ihn angehittet und dann hat er sich so gedugt und dann meinte meine Waffe, nö. Nein, wir ziehen jetzt nicht mehr runter. Oh Gott, Alter. Er hat auch gerade schon seinen Teamkollege abgeknallt. Er hat 1-3. Alter, wie kann man es langsam machen? Oder war das lag? Das ist auch gemein. Ich dachte, der Disconnect ist. Ja, das ist ja lustig gewesen. Ja, das ist teilweise. Ich habe ganz kurz die Dings nicht mehr gehört. Ja, die Töne und das. Daumen war auch so ganz langsam. Ganz komisch aus. Ich habe zwei Striche mal. Die Runde geht auf meine Karte. Da macht er nichts draus. Klero ist schuld. Oh, Alter. Warte, ich nähe da hinten. Nein, Lobby und Fire. Lobby geht Dusche. Oder B halt. Ah, blaues Haus. Letzter ist bei A, blaues Haus da. Einer noch, oder? Ja, da war blaues Dach da. Da war Richtung A rot. Nee, links. Doppeldach da. Was runter Richtung A gegangen, glaube ich. Flagefeuer, wie denkt es, ganz einfach. Die Bombe wurde platziert. Zeit, die rennt. Ja, jetzt habe ich ihn gesehen. Boah. Ihr entwirkt es bei uns. Lässt dir echt immer voll extrem viel Zeit, Alter. Wurde zu knallen. Besser so, als wenn ich, äh. Als eine Ecke außen, dann werde ich dadurch gekillt. Nee, weil. Meistens schaffst du es ja nicht. Ja. Manchmal schaffst du das, sondern manchmal, ja. Ist halt 50-50. Aber ich probier immer lieber die Bombe. Ja, komm. Einer ist schon durch hier. Einer ist hinter der Discoot noch. Oh. Oh. Ja, boah. Hab ich. Oh Gott. Oh Gott. Einer. Ich will mal eine andere Waffe nehmen, ey. Rente. Eiskalt. Dadadadadadadadada. Oh. Bei mir. Fußbrat. Aha. Goll. Schön. Hast du schon angefraxt? Hm, hm. Das Ziel verteidigen. Das Ziel verteidigen. Und dann kommt auch übel so ein Christenschruf, weißt du so? Das wäre voll krass. Creepy. Bei mir noch einer Disco. Einer Dings, ja. Disco, letzter. Ist hinten raus. Sauber. Oh, Bombe, weiter. Ihr macht das. Guck dir mal an, wie spät der Hit kommt. Überhaupt die Killcammer kommt. Ein Glück hab ich den noch angehittet, sonst werde ich gestorben. Ja, jetzt in der Killcam ist er direkt drauf, ne? Ja, jetzt kommt auf einmal. Ja, wollte ich gerade sagen. Ich hab den erst abgeknallt und eine halbe Sekunde später kam das erst. Das war echt verwirrend. Verwirrend. Wollen wir mal anmachen? Probieren, ja. Weißt du noch? Probiert. Davids. A gemacht Davids. Hahahaha. Oh, hinterm Aspott. Der ist im Schlafzimmer. Vor einer. War Dusche, glaub ich. Oder war das mal ein Exo, der ausgegangen ist? Ich weiß nicht. Der? Bleib doch zusammen, Alter. Zwei gegen einen. Du das. Und Pool, und Pool. Cool. Cool. Guck mal. War der eintrunken jetzt, oder was? Das war eigentlich nicht die ganze Zeit, oder was? Ich glaub, der ist gerade ertrunken. Er ist gestolpert durch die Schüsse und den... Ist mit dem Kinn dann auf dem Boden aufgeschlagen. Ja, ja. So. Gehirnerschütterung. Fünften, achten Grades. Oh nein, ich ertrinke. Der, der führt zu. Die Leiche liegt halt wirklich im Wasser noch bei mir. Ja, bei mir auch. Gut gemacht. Guten Tag. Hier spricht Kleroradar. Ja. Wir melden wieder Leichen im Wasser. So sieht's aus. Wollt ihr dieses RG-Turnier mitspielen? Sicher, dass das RG ist? Ich hab nur gelesen, dass da MLG-Variant stand. Ja. Stimmt. So, letztes Mal... Das ist ja dann wegen Dings. Wegen, ähm... Wegen den Wurz her. Seid mal in die MLG-Variant. Ja, letztens. Das letzte von mir war ja auch MLG-Variant. Und war trotzdem alles S&D. Ja, deswegen. Könnte verwirrend aufgenommen werden. So kurz zerstören. Ja, oder? Oder? Ja. Ja. Glaube ich auch. 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 Denk ich auch. Auch. Ja, oder? 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 Was meinst du? Palsch? 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 Ja, sprachlos. ECHO! ECHO! Das Ziel zerstören! Mein Mann, L3-Knopf. Oh. Alter, guck mal. Ja, nice. Ich hab echt ne geile Nate gemacht. Boah! Das war mein Nate. Angef-angefackt. Oh, Yellow durch! Ich hab voll... Gott, was war denn los gerade mit meinem Controller? Wo bist denn du? Yellow. Wo ist denn dein? Der boostet Metro. Boah! Kommt da echt raus, Alter. Der gleiche. Dir noch, hallo? Rot ist rot, Alter. Bein noch. LOL! Er macht den Mega-Hüpfe! Echt? Boah, hat den DAS jetzt, Alter? Boah, da ist jetzt gar net getroffen. Mein L3-Knopf ging grad nicht. Dein was? Auf jeden Fall. L3. Ja. Schau auf. Die sind mega am rumlecken, ne? Echt? Ja. Der war auch komisch grad. Der hat uns auch alle drei geholt. Das Ziel verteidigen! Geil. 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 Nein, dass da noch einer war. Ich weiß es nicht. Yellow war einer. Hey. Metro! Ja, hinter der... Genau, hinter dem Container gibt's mir einen Headshot. Oh je. Oh, wie schlecht ist das denn? Da war Yellow einer. Bei A irgendwo. Da war Yellow einer. Da war viel zu lange der Fall. Da war viel zu lange der Fall. Jetzt Yellow drinnen. Dann haben wir noch zwei. Yellow und Green. Wir haben den Kampferloch. Gegen die kannst du grad nicht spielen, Alter. Ja, jedes Mal Two-Shot. Also er hat mich grad noch getroffen, wo ich schon hinter dem Container war. Ja. Bin aber grad momentan jedes Mal Two-Shot hier. Suchen und zerstören. Ja, Con, Alter. Die, die haben, ey. Da würd ich auch. Nicht, 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 nicht getroffen werden. Einer wieder durch, B. Aber glaub ich nicht komplett. Doch. Hab ich. Loll, der kam durch die Mitte einfach gelaufen. LOLL! Krankenwagen war der irgendwo. Ja, das kann sein, sorry. Ich war B durch. Ja, kein Problem. Ah, das Fenster, Schule. Ah, fuck. Mahlzeit. Guten Tag. Voll. Bin gleich fertig, Doc. Können wir die Karte hier holen überhaupt? Wir haben nicht übel zur Connection. Weil übel zur Connection plus kein M. Plus. Uneingespielt. Plus. Freitag. Was das jetzt mit Freitag zu tun hat, ist mir ein Rätsel. Seitenwechsel. Da muss noch irgendwas da dranhängen. Suchen und zerstören. Plus, total ausgehungertes Spiel. Ich hab auch Hunger. Das Ziel verteidigen. Wir haben Hunger. Also, Klero und Hannes. Ja. Einer Speedum. Oh Gott, Alter. Yellow, Yellow 2. Hey. Geben uns grad übel. Die Bombe wurde platziert. Da waren wir doch. Was machst du? Hinten. Links kommt einer rein. Hintet ihr? Geiß. Danke. Ja, ein Kill mehr. Ninja hätte vielleicht auch funktioniert. Unsere Con jetzt genauso für die wie vorhin, als wir auf deren Haus gespielt haben. Wechsel. Kannst du sagen, was du willst? Auf geht's. Suchen und zerstören. Ja, ich versuch, aber ich... Bego. Ja. Ja, trotzdem kotzt meine Nähe jetzt. Warte mal, ich hab die auch anders hin. Einer kam grad blaue Wandrichtung direkt rüber so, ne? Oh. Ja, ein Fenster. Hab ich. Ich bin schon da echt. Hier ist freig Lake. Die Bombe wurde platziert. Die Bombe wurde platziert. Die waren beide da hinten an der Wand. Ja, da kommt halt. Boah. Oh, ein Heißkling, Alter! Hab ich den erwischt? Ja. Oh Gott. Nice, Alter. Den hab ich vorher schon angehittet gehabt, Alter. Trotzdem lol. Aber verdient. Verdient ist lol. Du kannst ja was sagen, ne? Soll ich dir helfen, Japanisch, irgendwie? Ne, warte, ich mach's jetzt auch mal defensiv. Offensiv. Ja, einer. Und das war's schon? Ich hab auch noch einen erwischt. Super. Geht's alle sopaaaah. Haha. Nice. Dreimal war er da. Der hat er aber eben gehabt. Da kannst du nix sagen. Oh. Oh. Suchen und zerstören. Der erste Bierwerk, du spürst. Haha. Ja, Cleo wird besser. Das Ziel zerstören! Du musst dir mal vorstellen. COD-Champs, Cleo, da. Oh. Oh. Das wär echt lustig. Geht keiner durch. Weiß auch nicht, ob Metro einer durch ist. Metro eine. Metro eine. Hab ich. Green war noch einer. Hab ich. Green hinten letzter. Green hinten letzter. Der ist Jurassic. Jawoll. Sehr gut. Wir wollen für die nächste Schlacht. Am Killcam. Was ist da los? Seitenwechsel. Heiß. Ich bin hier auf jeden Fall gerade. Habe er gegen das. Schaut mal. Von mir. Von mir. Von mir. Das Ziel verteidigen! Eine Speed-Dom. Ja, Alter! Ey, ganz ehrlich, Mann. Bombe war im B-Dom drin. Und einer Krankenhaus. Da ist wahrscheinlich auch B. Eine blaue Wand und eine B. Ja, hör doch auf. Zwei, alle beide da. Beide blaue Wand. Ich bin hier. Du bist der Einzige. Mach dich an die Arbeit! Die sind zurückgeboostet sogar. Was meinst du? Oh, das gäbe es doch nicht. Ninja! Einer ist Metro. Nein! Nein! Ah, schade. Wir haben den Kampf verloren! Aber noch ist das nicht vorbei! Jetzt hat es schon... Ey, der eine schießte garzeit unter meine Füße, wo es eigentlich die Kugeln vorbeigehen wird, und er kriegt trotzdem Hits. Das heißt, Skittles. Er droppt mit... Zwei Schüssen. Mit seiner hässlichen ASM da. Den kann ich nicht gegen die verlieren. Auch nicht. Ja, wenn man das ist. Das Ziel zerstören! NAB durch! Ah, ich bin Death. Das blaue Wand des Pakos rein. Das Pakos rein. War vorne an der A-Bombe. Ach, Krankenhaus, ey. Wieder raus. Noch einer. Ja, ist Green. Green hinten. Green reingelaufen links, oder was? Ja, ja. Ich habe links den Spot auf jeden Fall abgedeckt. Du? Er guckt gerade beide ins gleiche Ding. Angerdet hinten rein. Ich hole die Bombe, gehe auf B. Da ist Jurassic drin. Sauber. War noch leicht angerdet. Bereit machen für die nächste Runde! Der Plan war schon standhaft. Hm. Sauber! Danke! Sauber! Danke! Sauber! 1, 2, 1, 2! Suchen und zerstören! Das Ziel verteidigen! Einer ist Krankenwagen hinten. Das Ziel verteidigen! Das Ziel verteidigen! Ehrlich! Jetzt der Fall ist von dir ab! Eines! Eines! Ah! Wir haben uns verloren, aber noch ist das nicht vorbei! Ich kann ja nichts machen. Ich nehme jetzt Amelie die letzte Runde. Ich habe da auch Timelock gehabt, ey! Mh! Verlängerung! Lass die mal wegbäsch! Ich habe keinen Bock auf eine neue Runde! Ey, das ist ja eigentlich! Wir suchen und zerstören! Das Ziel zerstören! Einer B! Auf jeden Fall! Weiß nicht, ob der durch ist! Habe ich! Nein! Oh! Oh, man! Oh, du hüpfst genau dazwischen! Oh, bei Green drin! Hüpf hinten raus! Hüpf hinten raus! Hüpf hinten raus! Es ist, äh, äh, Treppe! Treppe B! Wieder am Top! Down! Zwei gegen einen! Willst du? Komm mal! Dann lege ich jetzt an! Der kommt, glaub! Oh, saure! Jawoll! Nein! Sorry, Kleror! Du bist genau da reingezogen! Wo ich auf einmal... ...den seine Leiche ging ja grad down und so! Weißt du? Deswegen dachte ich, der war nach oben! Aber ich hab den doch erwischt! Ja! Genau! Aber genau die Linie! Weißt du? Ja! 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 Da weißt du, dass er tot gewesen wäre! Ok, aber du bist jetzt auch am Start, oder? Gut gemacht, Sentinel! So! Stizzle, menizzle! Stizzle, menizzle! Stizzle, menizzle! Doktor, hält dich! Het ist ja schlecht! So, jetzt habe ich... Das Tabling in der Ratschung!